Was zählt? Was vermag ein Ziel zu zähmen, das sich aus seinem Willen schälen will und kann? Worauf käme es dann an? Denn nicht zu wissen, was man will, führt so manchen auch schon viel schneller an ein fremdes Ziel, als ihm am Ende lieb ist. Doch auch, wer's weiß, vergisst allzu leicht nur, dass der Weg vorher schon begann und nicht nur eine Wendung nahm. Gelegenheiten gab es viele. Und statt die Ziele abzuzählen, die vor ihm und dahinter waren oder auch noch auf ihn warten, quälen manchen mehr noch die Verfehlten. Ach, bliebe er doch einmal stehen, dann müsst auch er sich um- und einsehen. Und statt nur wohin wir gehen, ist auch die Frage, Wie?